Hallo, mein Name ist Mario und ich werde euch heute über das Masterstudium Musiktherapie erzählen. Ich werde kurz über die Organisationsform des Studiums, worum es geht im Masterstudium und auch über die Praxisbezogen, die Praxisorientierung und zum Schluss werde ich auch ein paar Blicke über meine Erfahrungen mit euch teilen. Das Masterstudium Musiktherapie wird alle zwei Jahren angeboten. Die Organisationsform ist berufsbegleitend, es dauert vier Semestern und wir sind in der Regel alle zwei Wochen da, von Donnerstag bis Samstag inklusive. Der Fokus des Masterstudiums Musiktherapie liegt auf drei wichtigen Säulen, wo ich nach meiner Meinung sage. Also, es ist sehr wichtig, dass wir als Musiktherapeutinnen und Musiktherapeut für die eigenverantwortlichen Berufsaufsumung der Musiktherapie berechtigt werden. Dann, es ist auch die Entwicklung von Forschungsfertigkeiten ein sehr wichtiger Punkt und dann die Vertiefung der therapeutischen Kompetenzen und besonders der therapeutischen Kommunikation. Und es ist wichtig auch zu wissen, dass für die Zulassung im Masterstudiengang Musiktherapie, man braucht ein facheinschlägiges Bachelorstudium, in diesem Fall ein Bachelorstudium der Musiktherapie. Auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir können in Fachsupervision unser eigenes Handeln reflektieren. Das ist für mich persönlich als Therapeut für meine Weiterentwicklung extrem wichtig. Im Masterstudiengang Musiktherapie müssen wir 300 berufspraktische Stunden absolvieren. Und das können wir im Kontext eines Praktikums machen. Oder wenn wir schon als Musiktherapeuten, Musiktherapeutinnen eingestellt sind als Oberrufstätig, wir haben auch die Möglichkeit, diese Stunden anrechnen zu lassen, was ich sehr wichtig finde. Und dann die Lehrveranstaltungen im Allgemeinen sind sehr praktisch orientiert, besonders was Forschung betrifft. Viele unserer Professorinnen und Professoren haben viel Erfahrung in Forschung und wir haben auch Zugang zu Auswertungstools und auch zu Messinstrumenten, zum Beispiel von Herzratoren, Variabilitäten. Und wir machen auch im Fächer wie zum Beispiel Psychophysiologie kleine Forschungsprojekte, wo wir schon die Erfahrungen machen können, wie können wir ein Forschungsprojekt planen und in der Praxis einsetzen. Nach dem Abschluss des Masterstudiums Musiktherapie haben wir mehrere Möglichkeiten. Also wie wir uns beruflich weiterentwickeln können. Wir können zum Beispiel eine eigene Praxis eröffnen, das ist eine Möglichkeit. Und mein persönliches Ziel wäre eine Kombination. Ich möchte gerne weiter in Gesundheitseinrichtungen arbeiten und eventuell auch eine eigene Praxis eröffnen. So für mich persönlich das Highlight des Studiums ist die berufsvergleitende Organisationsform, weil ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Fall die Möglichkeit meine ersten beruflichen und therapeutischen Erfahrungen im Kontext des Masterstudiums reflektieren und das finde ich extrem wichtig. Wenn du mehr über mein Studium wissen möchtest, kannst du dir gerne weitere Informationen auf unserer Website schauen unter musiktherapiemaster. 높ige babeuch. οιnghez reaction sind und sch chambers Como ist auf der Webgeistung von Stichtherapie Must. Untertitelung des ZDF für funk, 2017